Was geht, Leute? Mein Name ist Daddy Jessen und ja, ich bin wieder zurück und ich habe mich entschieden, aus dem Kanal einen Reaktionskanal zu machen. Hier werde ich auf Sachen reagieren, einfach. Das wird richtig geil. Und damit ich selbst nicht allzu viel Arbeit reinstecken muss, habe ich einen Editor jetzt. Hallo Editor, ich hoffe, dir geht's gut. Also hier jemand, der quasi meinen kompletten Kanal managt, sodass hier wirklich täglich Videos hochkommen und ich nehme sie einfach nur auf. Und ich will es wirklich jeden einzelnen Tag haben, also ja, forgets nicht zu liken und zu abonnieren, unten kostenlos. Und ich dachte mir, da ich jetzt wieder zurück bin mit Reaktionsvideos, dachte ich mir, wir werden eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Der besten Memes. Wenn du lachst, verlierst du. Wenn du lachst, musst du auch für das Video schauen. Wenn du lachst, musst du das Video verlassen und du darfst nie wieder ein Video von mir schauen. Bitte lachen nicht. Wenn du lachst, habe ich ein Problem. Nicht lachen, okay? Let's go. Look at this shit. This bird won't smoke. Look at that. Oh, I got the window. Oh, my God. Das Teil war mega stark, aber es war halt nicht witzig, ne? Was soll ich sagen? Oh, man. How far can you keep your chair back? No, I'm not gonna drop. Dude, just keep your chair back. Come on, let's see it. Let's see it. Oh, my God. Vertrauen in die I'm stool. These ketchup bottles are making the weirdest sound, I swear. Like, just listen to this. Did you hear that? Das ist immer so unangenehm. Deswegen esse ich kein Ketchup mehr. Ich habe aufgehört mit Ketchup ganz genau deswegen. Das ist das Wort für dich, der einzige Grund. Oh. Bro, der geht da zur Schule. Nee. Du bist der Vater, du bist nicht der Vater. Achso, ich kenne das. Ich habe ernsthaft gelacht. Ich habe ernsthaft gelacht. Ich habe vergesst, dass der nicht nachher Challenge ist. Es gibt diese Show. Du bist der Vater, du bist nicht der Vater. So verdammt witzig, ne? So verdammt witzig. Okay, jetzt. Ich vergesse jetzt, dass der nicht nachher Challenge ist. Ich habe übrigens drei Leben. Also jetzt nur noch zwei, aber ich habe drei. Ja. Du hast nur einen. Oh mein Gott. Wieso ist das gerade so witzig alles? Hi, I'm Jenna Ortega. Ich habe noch ein Leben. Und das ist mein offizieller Yes-Day, wo ich ja sagen muss, dass ich absolut alle Aktivitäten, die mir präsentiert wurde. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarten muss. Also, wir beginnen. Okay, ja, ja. Sie muss zu allem Ja sagen. Das gefällt mir. Weiter so. Mehr Frauen sollen das machen. Wirklich, mehr Frauen. Ich will nicht wissen, was danach passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, der Hund hat den getötet. Oder auch nicht. Oder er hat Angst davor. Verdienst. Verdienst. Deswegen bin ich Veganer geworden. Ich habe keine Ahnung, was da war. Wieso schaust du da runter? Und was hast du da gesehen? Was? Das ist weird. Wir haben einen Fehler in der Matrix. Respekt dafür, dass du das trotzdem hochladen hast. Du hast noch zwei, zwei, zwei Wir... Okay Das war echt flach, ich weiß nicht, wieso der einfach weggefahren ist Aber in der Regel ziehst du das vorher raus Ist das normal bei denen... Wow, ich hab verloren Ich hab verloren Ist das normal bei denen, dass sie so nass ist? Haben die das öfter oder wieso chillen die einfach nur so rum? Der Hund denkt sich auch nur so, ja, ein ganz normaler Tag hier Wo haben wir, ich wohne Das war das unerwartetste, was ich jemals gesehen habe Hey, I like your new phone Wer hat so ein Handy in 2021? Ich weiß es nicht Aber das bei ihm läuft Am Anfang dachte ich Schobutter werden Menschen ersetzt Aber mittlerweile glaube ich, dass er weniger, wenn ich sowas sehe Ich kann ja jetzt eh lachen, ich hab ja verloren War das ein Bär? Ist das Koks da unten? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Ich brauch eine Hausente Like, wenn ich mir eine Hausente anschaffen soll Oh jetzt ohne Scheiß, Like dafür Der Typ hat echt geübt What? Is sie allein gel-laufen? Okay, okay Zu wem redest du? Ich glaub, er hat ja du gesagt, oder? Also you Okay, alright, okay, alright Okay, that's good That's good It's 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 enough slicing Damit du da hundertprozentig nicht parkst Anscheinend haben da so viele Leute geparkt Dass sie 200 Schilder aufstellen mussten Damit endlich da niemand parkt Und nicht weiter, da wird trotzdem noch jemand parken Was, ne Katze, die dem Laser nicht folgt? Alter, ist das ne Butterkatze? Das war ne Butterkatze hundertprozentig Okay, das ist alles Aarge Halt eine Blitz? Nein, Roboter werden Menschen auf jeden Fall nicht ersetzen. Klar, Spaß werden sie doch, aber nicht so welche. Oh mein Gott. Wir machen hundertprozentig etwas falsch. Hundertprozentig. Ich wollte gerade sagen, meine Nummer ist, aber ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Oh, befriedigend. So, es war mehr. Oh, danke. Es war alles perfekt, nur der Schluss nicht. Es tut so weh. Es ist weg. Es geht, bye-bye. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Was tust du? Ach so. Das, nein, das geht hier. Vielleicht solltest du dir draußen eine Matte aufstellen. Und dann solltest du probieren, draußen, in Sicherheit, diese Quatsache zu üben. Militär 2021, ich weiß Bescheid. Oh, okay. Oh, okay. What? Best of ever. What? So was ich noch nie gesehen, in meinem Leben? Mach die Tür zu. Du hast nie was gesehen. Ich auch nicht. Da war kein Sing der Papagei, von dem ich dachte, das wäre ein Mensch gewesen. Nope. Oh, God. Haha. Look at that more. Das ist Spongebob, okay. Ich hab nie was gesehen. Okay. Best now and ever. And here we go, ready to drench the kids. Look, look, bottom of the hill bus stop, coming up. Here we go, here we go, here we go. Puddle at the bottom of the hill, coming up, kids at the bottom of the hill. Come on, come on, yeah, that was brilliant. Let's get awesome. Oh my God, das hat echt mein Tag gemacht gerade. What the hell? Okay, Leute, das war das Video für heute, das mal stehen lassen. Ich will ja meinem Editor nicht zu viel Arbeit machen. Also, ja, das war's für das Video. Lass mal oben da. Abonniert kostenlos. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Video. Bye.